Und damit herzlich willkommen zur Episode 2 von Baldur's Gate 3. Ja, ich hab mal wieder geladen, nachdem wir da oben gestorben sind. Da gehen wir nicht nochmal hin. Hab hier die Sachen soweit eingesammelt. Und, oh, wir nehmen hier noch die Siemens-Lieder mit. Und wir, oh, okay. Gut, haben wir Lieder hier. Allgemein, okay, ja, nee, wir laufen erstmal. Naja, haben wir Tische. Ja, nee, Schiff, ich ignorier dich. Fisch und Flasche, alles mal mitnehmen. Oh, da ist jemand. Ähm... Sind wir noch hier noch mit? Haben wir nix mehr? Du hast einen Wegpunkt entdeckt. Ab sofort kannst du an diesem Ort teleportieren, indem du ihn auf der Karte auswählst. Gut, ähm... Was ist mit der Diskussion? Blast die Dore, ich... Was? Stop! None anderen stepper, ich... Wait. Es ist du. Ich sah dich auf dem Land. Du hast dann gewonnen. Ich habe nichts gespürt, keine Ahnung von der Rede. Ist, äh, dieser geistige Tausch, den habe ich schon mal erlebt. Auf dem Schiff habt ihr ihn auch gespürt. Diese Kreaturen haben euch auch entführt. Ja, das da. Findest du? Eben. Ähm... Aber insgesamt geht es mir gut. Seid ihr sicher? Beruhigt euch. Wir sind gekommen. Wir haben überlebt. Es gibt keinen Grund. Näh. Immer damit zwei. Oh! So Alien-Style? So Alien-Style? So, seht ihr aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Das wird wohl nicht der einzige Eingang sein. Ihr könnt euch anderswo umsehen. Ihr macht Krawall. Der Lärm dürft die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zauberer. Keine Sorge. Dafür gibt es Magie. Und von der habe ich genügend. Ja, wir probieren es mal. Jetzt wartet doch mal. Es wäre gut, noch jemanden zu haben, der mitkämpft. Mir scheint, dass ihr wunderbar auf euch... Mh... Ja, Nummer 2. Ja, gut. Stufenaufstieg. Du hast genügend Erfahrung, um eine Stufe aufzusteigen. Verwendet dazu den Pfeil auf dem Charakterporträt. Oh ja. Okay. Wie läuft es hier? Nice. Stufe 2. Endlich. Nice. Nice, nice, nice. Entscheidungen ausstehend. Zauber erhalten. Brennende Hände. Brennende Hände. 3-18 Schaden. Feuerschaden. Personenbezaubern. Okay. Spülte Farben. Blende. Selbstverkleidung. Brenner alle deine äußerlichen Merkmale auf magische Art. Rückzug. Falsches Leben. Okay. Was macht schlafen? Versetzt Kreaturen in magischen Schlaf. Wedet so bis zu 24 Treffepunkte Kreaturen aus. Strahl der Übelkeit. Vergiftet das Team möglicherweise. Magierrüstung. Magierrüstung. Schützen Ziel vor Angriffe. Erhöhe seine Rüstungsrasse um 13+. Mit Eismesser. Okay. Passive Klassenwerte. Vorsichtiger Zauber. Vermittelsen bei Rettungswürfen gegen Zauber. Okay. Verlängerter Zauber. Die Dauer von Zuständen beschworene Kreaturen und Oberflächen durch Zauberwirkung verdoppelt. Jo. Gespiegelter Zauber. Passiv Merkmal. Ah, das klingt ja auch gut. Okay. Gut. Ah ne. Also. Bezüglich dieser Tür da. Magisches Geschoss. Licht. Eismesser. Schleuder eine Sphäre, die beim Aufballen Schall schaden. Hm. Frost ohne den durchbohrenter Schuss. Hm. Ne. Das hat nix gemacht. Dann. Hier. Dreimal. Jo. Das Tür geht auf. Hm. Wollen wir vielleicht doch in das Schiff wieder rein? Das fände ich jetzt aber irgendwie nicht so geil. Kann ich vielleicht speichern? Neuer Spielstand. Just in case. Ja, gut. Mann, ich krieg die nicht. Nice. Shit. Der macht wieder... Ach, scheiße. Das sind drei. Problem. Big Problem. Das waren vorher doch nur zwei. Shit. Ähm. Kann ich wieder weggehen? Ich hab keine Ressourcenpunkte mehr. Äh. Metamagie. Verlängerter Zauberer. Passiv ist merkbar. Achso, das ist ja nur passiv. Zu gländen. Was kannst du so alles? Schüttes, glaube ich, das schützt ja eine Kreatur vor Angriffen. Heilen. Verlänger das Geschoss. Kritischer Fehlschlag. Ah, shit. Komm, wir stellen uns mal hier hin. Kann ich sonst noch was machen? Schild des Glaubens. Tutze mich mal selber. Yes. Fehlschlag. Oh, der hat aber gesessen. Nein. Auch Spurten. Ähm. Säureschaden. Sechs bis 15. Die haben alle so viel Leben. Ähm. Varianten. Blitz. Kann ich euch? Nur ihr drei? Ja. Normaler Angriff? Geht nicht mehr. Äh. Wir gehen weiter nach hinten. Und. Michael. So. Segen der List. Scheiße, wir haben noch 5.10. Lass mal Heiltank nutzen. 2 bis 7 Schaden. 1 bis 10. Ja. Ich genüge die EP. Wenn ich weglaufe, dann... haut er mich. Also muss ich eigentlich stehen bleiben. Okay. Bitte geh nicht drauf. Yes. Oh fuck. Der hat getroffen. Kann ich sonst noch was machen? Zauberpunkte erzeugen. Zauberplatz. Ah, ich hab kein Aktionspunkt mehr. Ja. Mh. Ja. Kann ich's mehr machen. Concentrate. Sechs. Der hat noch 3 von 15. Wir haben noch 4. Wir haben keinen Heiltrank mehr. Können wir uns heilen? Macht ein Zielresistente gegen Zauber-Effekte. Heilige Flamme. Hülle entziehen. Flamme. Artics. Ah, shit. Ich gebe es auf... Ist das so ein Flächending? Nee. Scheiße. Das hat so gar nicht funktioniert. Sie wird sterben. Sterbend. Wenn die Trefferpunkte eines Mitglieds in deiner Abenteuerung auf Null sinken, ist das Mitglied sterbend. Ist es ein Zusamm zwischen Leben und Tod. Und das Mitglied muss in jedem Zug um sein Leben würfeln. Okay. Standard D&D. Bei 3 erfolgreichen Würfeln stabilisiert es sich. Bei 3 Misserfolgen stirbt es. Ja, sehr geil. Magische Geschosse. Komm. Einmal. Zweimal. So. Wir gehen mal nach vor. Ansonsten kann ich jetzt nix mehr machen. So. Waffe wir wechseln. Wir haben es geschafft. So, komm. Einmal helfen. Gut. Wir sollten vielleicht... Oh, bei ihr kann ich auch einen Stufenaufstieg machen. Machen wir das mal. Yes. An. Vielleicht machen wir eine kleine Rast. Das ist jetzt erstmal hier plündern. Ja. Lass uns mal so ein Hirn nehmen. Alles klar. So. Inventar-Ausrüstung. Grundbetrieb-Modus. Lager- und Rast-Menü. Langerast. Ja. Du hast genug nachgeführt, um eine lange Rast-Treffepunktionshauer wiederherzustellen. Ja. Äh, was? In deinem Lager kannst du eine lange Rast einlegen und deine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmittel verwalten, Beziehungen und so weiter. Ja. Warum? Ähm. Warum sind wir jetzt oben ohne? So, mit ihr kann ich da quatschen. Ist ja toll. Wo genau schlafe ich denn dann jetzt? Aber mit ihr können wir reden. Ja, was? Ja, ich weiß. Ähm. Ich nehm, wir müssen vor allem Hilfe suchen. Äh, wir sind hier in Fremdgelände. Wenn wir zu schnell machen, bekommen wir mehr Probleme, als wir bewältigen können. Ja. Hat auch was. Ja, und jetzt? Langerast, ja. Ähm. Ähm. Verwende erforderliche Mengen. Achso. Okay. Ich mach eigentlich mal. Äh? Funktioniert? Achso. Und das ist einmal 40. Okay. Langerast. Äh. You writhe with sickly dreams, a deep dread floods you. Though you have a tadpole, you know your broken mind is not like the others who bear the worm. A few scraps of the past come back to you now and then, but you can never quite tell where the knowledge comes from. Inexplicable, violent yearnings overwhelm all other thoughts. Who could you possibly be to be their vessel? Hmm, ane-vermöchnis-denken, click-dood, eine Wahrheit, hmm. Dein Handwerk nachdenken, deinen Verstand durchforsten, was sticht am meisten hervor? Die Antwort ist simpel, du musst der Tod selbst sein. Oh ja, sehr gerne. Äh, die Antwort ist düster. Du warst immer jemand Schreckliches, ja. Oh, können wir gerne weitermachen. Ja, ich will auf Ebel spielen. Ja, das wird doch richtig düster. Hahaha, ich freu dich. Äh. Okay, wir sind immer noch in diesem Lager. Wo, wo ist hier? Ähm. Wo geht, wo geht's hier wieder weg? Wie komm ich? Wo ist denn? Oh, ist das die Hinterseite von dem Ganzen? Ähm. Wie komm ich aus diesem Lager wieder raus? Kameradistanz, ja, ja. Ähm. Klasse, das Lager, wenn du bereit bist, das am Ende... Achtung, ja, Lager verlassen. Ja, wie? Wie kann ich das Lager verstecken? Ein, aus. Ähm. Ach da, Lager verlassen. Okay, es hat einen Button dafür. Okay. Gleiche Stelle wie vorher. Mal mit alt wieder Sachen hervorheben. Da oben ist eine Truhe. Ist auf eine Oberfläche getreten, die gefährlich werden kann, wenn sie von Elementen wie Feuer... Ah. Oh, geil. Gifts. Ah, geht's hier irgendwo weiter? Ah, ich weiß nicht. Wir könnten eigentlich mal da geradeaus weitergehen. Hm, mehr Gras. Nichts Interessantes da. Aber bei Holzkiste. Oh, Diebiswerkzeug. Nice. Ah, auch nichts Interessantes. Oh, da ist jemand. Denn doch. Oh. Ah, ich bin Buzer. Wow, wow, wow. Ähm, Geschicklichkeit. Ah, scheiße. Das war wohl dick. Okay, let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Hm? And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade or I'll show you just how messy things can get. Ah, promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship. Didn't I? Not? Nahkampfangriff, dem Elfen einen Kopfstoß geben. Jo, ich hab grad ein bisschen eine Nase auf den. Ach, shit. Ich will die gerade 14. Äh. Yes! Haha! You son of a... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? Ja, das ist so ein... Wurm-Ding. The worm. Of course. That explains things... Somewhat. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Mach euch keinen Vorwurf, ich hatte mich auch schon auf euch. Haha. Wie schön, dass wir sonst nur freundlich gesund sind. Ich hab doch wohl noch mehr zu bieten, als... Ja, ich spiel auf Evil. Ich bin aus Wein und Blumen, so ich hoffe, eine Introduktion wird suffisieren. Mein Name ist Astarian. Ich war in Baldur's Gate, als diese Böse mich verbringten. Ihm vom Abschluss, in dem Wurm und einem ruinierten Gehirn... Na, das mit dem Gehirn würde ich Alex dort für mich behalten. Ihr müsst nur wissen, dass ihr in meiner Nähe... Aufpassen müsst... Ich bin in keinem Zustand, aber ich glaube, ich bin... Oh, äh, ja. Ja. Jo, wir soll... Ja, leider, sie machen uns zu Gedanken schindern. Hm, ich weiß, dass wir sie nicht in unseren Körper... Äh, in den Köpfen haben wollen. Ja, das auch. Ja, wir werden uns zu... Ha! Ha, 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 ha! Natürlich wird mich in einen Monster machen. Was noch habe ich erwartet? Obwohl... Es noch nicht passiert. Wenn wir einen Experten finden können, jemanden, der kann diese Dinge kontrollieren, dann könnte es noch Zeit sein. Wir sollen mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Ich... Hm, ich muss los, aber ihr könnt euch im... Ja, nee, komm mal mit. Kann ich nicht zurückgeben. Oh, wie passt es? Okay. Wir haben echt ein Problem. So. Äh, äh... Wo lang? Wir sind von da gekommen. Äh, hat es da hinten was? Jo, ich glaube, da geht's rein. Haben wir da wieder diese... Ja, was ist, wenn wir... Äh, na, Kampf. Fehlschlag. Hat schon mal gut funktioniert. Oh ja, gut. Ja, dann reden wir mit ihm mal. Ja, es kommt von ihm. Oh ja, äh. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes wet orange pearls radiate malice. Mh, für immer schließen. Das ist doch ein bisschen, was Inspiration, dass du einen Punkt Inspiration erhalten. Mh, okay. Was auch immerhin abgelenkt hat. Komm, wir gehen mal weiter. Oh, da sind ein paar Leichen. Ja, mach ich. Soviel ich halt... Oh ja, geil. Was ist das? Was ist das? Was ist passiert mit diesem Raum? Du hast die Sägel auf der Steine. Die Magik glitzt und schlägt davon, erratisch, als ob nicht funktionierend. Es sieht ein bisschen gefährlich. Ein bisschen. Ähm... Wollen wir dich nicht umhören? Was? Ähm... Das Verlangen zu verstümmeln, ignorieren, die Hand packen und ziehen. Zauberer Charisma, dich mit der Magie des Sieges verbinden und sie dann bitten, sich zu beruhigen. Äh... Ne, wir machen das mal. Auch wenn ich auf Stärke halt ein Minus 1 hab. Oh geil, 15. 14. Das ist es. Komm schon, weiterhubigen. Magie? Ich bin Gale, von Waterdeep. Entschuldigung. Usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. And I can only assume, you two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. The insertion we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mindflayers? Ja, das habe ich jetzt schon kaum mehr gehört. ...cleromorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most? No doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ich besitze viele Gaben, aber Laugh-Nexation gehört nicht dazu. Ich kann es nicht von unseren Basiten befreien. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Warum haben wir diesen Gedankenaustausch mit ihm nicht gehabt? Oh, well, we're all good. Well, we're all good. The Parasite shared is a Parasite halved. Or something to that effect. Oh. But before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered man, thank you for pulling me out of that stone. It's an act of foresighted kindness, I assure you. I have a feeling, ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Yeah, also bezüglich dem Siegel. Also, warte mal, allgemein, sorry, das ist eine Karte in der Umgebung. Kannst du die Missionsrote ansehen? Ja, okay. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und tschüss. Also wieder so ein Ding zum Reisen. Und zwar nicht mit. Äh, da war doch grad was. Hallo, ein Vorheben? Ja, dann halt nicht. Gut. Was nochmal hier schön ist. Ach so, warte mal, Stufenaufstieg können wir jetzt gerade bei denen noch machen. Ein Schurke. Naja, das passt irgendwie. Eigentlich hätte ich das ja auch denken können. So, und er? Geh bitte auch noch um, bitte. Ja, Magier. Ach so, wir können bei ihm noch Zauber auswählen. Ähm, brennende Hände machen wir bei dir. Und das versuchen wir zu verzaubern. Neus. Äh, ich will eigentlich mit mir selber gehen. Äh, du bist jetzt. Ja, ich will. Ja, ich will. Ich will. Ich will. Und du bist hier. Äh, der sind alle Löhe. Ja, ich will. Aber wir wissen nicht, was das Ding überhaupt ist. Und was über die Krypte? Ich sage euch, es ist ein Schiff. Und die Krypte kann warten. Mari und Barton haben für Tage versucht, zu brechen. Jetzt, wir... Stopp! Wir haben uns schon eine Komponente. Das ist unser Schiff. Ähm... Ich will euch nichts tun, aber fordert mich heraus. Und ich werde euch noch lang nach eurem Tod auf einhacken. Ich bin keine Gewinze. Ich bin... Ich bin Vernichtung! Oh, wie geil! Ich führe nichts im Schilde. Überzeugen. Das Schiff ist voller Monster. Ihr würdet... Hm... Jo, wie gesagt, ich spiele auf Evil. Oh, 14. 13. So. So. Well... Äh... In that case... Come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Ähm... Second mouse gets the cheese. No? Nobody's getting any damned cheese. Now move it! Oh, das... Mann! Drei... Schlafsack. Schauen wir mal. Also, er schläft jetzt. Hier geht's. Ist das unser erster Dungeon? Wo ist Gimmelbock? Alles ist alles gut da draußen? Gimmelbock ist geflohen. Meine Freunde haben euch zurückgelassen. Auftreten. Ja, ich bin so... Lass mich rein. Ähm... Täuschen. Also, zu meinem Charakter bitte ihr auftreten. Passen. Jo. Ah! Oh ja, geil. Charisma plus drei. Scheiße. Ah, no! Ja. Ah, ich kann noch mal. Ja, machen wir noch mal. Yes. You sound a bit shaken, Moss. Hang on while I find a key. Äh... Shit. Äh, 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 ähm. Nice. Runde beenden erstmal. Angriff. Shit. Viel Schlag. Zu bänden. Shit, der hat... Ah. Bänden. Ähm... Ähm... So, komm. Okay. Mehr konnte ich nicht machen. Beziehungsweise konnte ich nur stoßen. So. Was macht er jetzt? Werde ich mit überrascht sein. Ach so. Oh Gott, nochmal. Nice. Vanditenschlüssel. Geile Sache. Ja, vermutlich wäre das alles friedlich gegangen. Vanditenschlüssel. Geile Sache. Ja, vermutlich wäre das alles friedlich gegangen. Soll. Uh. Sachen zum Essen. Oh, das war geht. So, Essen mitnehmen. Hey, man kann hier einfach jeden Scheiß hier mitnehmen. So, Stück Käse. Jetzt nehmen wir auch mit. Und Kerzen gerne anmachen. Hier auch. Let's see what this does. Ja, Licht. Schneidbrett. Holzgiste. Oh ja. Gold. Kaffel. Ja, ne, das nehme ich jetzt auch nicht mit. Äh, haben wir ja ansonsten... Ah, da ist noch eine Tür. Lass mal da reingehen. Ja, was ist mit dem Schlüssel? Inventar. Wo ist der Schlüssel hin? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Äh. Äh. Gruppenansicht. Wir hatten doch so'n... Knochen. Äh, aber... Hab ich den nicht mitgenommen? Geh nochmal da in die Kiste. Nee, da war das nicht. Ah. Okay. Ach, warte mal, da ist ein Hebel. Ah, ich bin so'n Held. Ich bin so'n Held. Oh. Ah, shit. Er beginnt. Was kannst du machen? Hinterhältiger Angriff. Nahkampf. Raffiniert die Aktion. Spur. Legt im aktuellen Zug mehr Distanz zurück. Das ist ne Aktion. Äh. Bonusaktion. Mhhh. Mhhh. T-Bug ist nicht erreichbar. Shit. Ja, dann geh du mal dahin. Kannst du dich verstecken? Stoßen? Wo ist verstecken? Ah, da verstecken. Ja, bleib mal so. So. Ziehpunkt ist nicht erreichbar. Ähm. Hexenpfeil. Ja, wobei, er kann nicht... Hör mal auf damit. Ich bin von mir selber blockiert. Geh mal dahin. Hexenpfeil. Jo. Geh vielleicht noch mehr aus dem Weg. Zu quer gehen. Hexenpfeil. Streitkolben. Ähm. Ja, mich mal schützen, bitte. Zug wenden. Ich bin dran. Ah, fuhr. Ich hab keine Aktion mehr. Sauberplatz. Bonusaktion. Sauber... Hm. Gut, tappen wir das. Und wir gehen mal hier auf die Seite. Zugwenden. Wie sind wir da dran? Ähm. Fernan. Wie wärs denn damit? Nice. Wir gehen wieder da hinten rein. Fertig. Ja, nur noch zwei Punkte. Oh fuck. Ähm. Komm her. Nicht genügend. So, wir machen das nochmal. Und Schuss. Geil. Aber wir sind vergiftet. Äh. Leider. Dein Nachteil. Ja, shit. 10 von 14. Einmal Heighton. Ob wir auch das Ölfass hätten treffen können? Oh, geil. Oder sei damit. Mit. Yes. Noch mehr Kisten. Mit nix drin. Ansonsten, was interessant ist hier... Nö. Spiegel. Ah da. Oh. Wieder Kiel. Nö. Brauchen wir nicht. Oh. Schuss. 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 Ähm. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ah, wo... Was Wunden verursachen? Das ist Nahkampf. Ähm. Resistenz. Heilige Flamme. Ja. Scheiße. Sonst ein heiliges Wort. Vier bis sieben heilen. Ah, nicht genügend Bewegungsrate. Okay. Zu binden. Kollege. Kannst du da... Komm da nicht durch, ne? Komm nicht mehr da hin. Fuck. Wir enden... Wir müssen hier weg. Ja. Hat nicht funktioniert. Sehr geil. Gut. Wechseln. Wow. Alter Junge. Nice. So. F und 17. 3 bis 30. Oh, geil. Ähm. So, das war's. Heilen des Wort. Vier bis sieben heilen. Wie wär's? Kannst du? Da. I. Und ich würd gern hier weggehen. Auch wenn noch mehr... Gelegenheitsangriff. Ja, ich weiß. Das war's. Shit. Äh. Dolch. Eintauschen. Durchbohrender Schlag. Vier bis sieben. Hinterhältiger Schlag. Scheiße. Hat nicht funktioniert. Ähm. Bleibt da. Was mach ich mit dem? Feuerpfeil? Nee. Kältestrahl. Magierhand. Hm. Nee. Der ist einfach für nix zu gebrauchen. Shit. Ja. Ich glaube, wir gehen hier drauf. So, ein Shit. Haben wir irgendwas mit Licht? Ist Messer 3 bis 22. Achtzig. Mehr. Geil. Ähm. Aktionspunkt. Um einen Zauberplatz freizuschalten. Zauberplatz. Mh. 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 Also. Und dann, ja. Und dann hätte ich gern gesagt. Auf dich. Sehr geil. Dann haben wir nur noch ihn. Zu easten. Ach, shit, da hinten ist ja noch einer. Nice. Done. Einmal heiltrank. Kommst hier hin. Heiltrank. Ja, fern an 70. Ja, Fehlenschlag war klar. Ähm, da hin. Geh mal hier hin. Heiltrank, bitte, danke. Okay. Und Feuerpfeil. Hä? Warum nicht? Kältestrahl. Ja, das hat gar nichts gebracht. Geil. Zugbehen. So, hier nehmen wir mal einen Trank. Und ansonsten... Wir probieren's. Yes. Ah, shit. Ja, okay. Fertig. Hat gut funktioniert. Wir bleiben. Wir kommen einfach nicht nah genug ran. Das ist ja eine Bonusaktion. Okay. Und jetzt... Hinterhältiger Augengriff. Nee, Moment. Wir gehen hier hin. Yes, wir haben noch drei. So, mehr geht nicht. Ah, das reicht auch bei dir nicht. Äh, geh da hin. Geil, kritischer Fehlschlag. Sag mal, wie schlecht bist denn du? Kann ich jetzt wieder gehen eigentlich? Also, das ist jetzt noch mal ein Trank. 60%. 50%. Ja, wow. Ein Punkt. Okay. Geil. Wir haben's geschafft. Hallo? Was ist mit ihm jetzt los? Okay. Alles mitnehmen. Und dann, glaube ich, werden wir mal die Party hier mal ein bisschen... ...bisschen ausrüsten mit all dem Loot, was wir hier alles gekriegt haben. Sonst noch mal Spannendes. Oh, Kapell-Daufzeichnungen. Bannerstatt, bedeckte Seiten, diese verbitterten Boos. Unter dem Knochen... Was? Knochenweißen Puder. Sind hunderte Todesanzeigen in kleiner Schrift verfasst. Okay. Nix drin. Da hinten. Hm. Oh, da. Ebel. Ah, vermutlich nix Gutes. Ist nur so eine Vermutung. So, ihn können wir da noch ein bisschen looten. Okay. Liebe Leute, wir sind schon wieder auf über der Zeit. Ich würde sagen, ich werde mal hier die Truppe mal ein bisschen ausrüsten, so wie es halt geht. Und dann werden wir hier, würde man sagen, unseren ersten Dungeon hier mal ein bisschen erkunden. Ich glaube, das ist hier aufgegangen. Ich glaube, das ist hier aufgegangen. Das glaube ich war vorher zu. Hm. Ob das wohl alles auch freundlich gegangen wäre? Und eigentlich ist das nicht unser Pfad. Wir sollten eigentlich einen Heiler suchen, wenn wir diese Wurmdinger da loswerden. Und dann, ähm, das wird noch chaotisch mit mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Dämmen nach oben da. Und dann bis bald. Bleibt zum Leben. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.